Hallo und herzlich willkommen zum Wetter. Bitterkalt ist es im Moment bei uns und die kommende Nacht, die wird sogar Rekorde brechen. Wir haben es im Moment mit einer Hochdruckbrücke zu tun. Von Kanada bis zur Nordsee reicht ein lang ausgestrecktes und ausgedehntes Hoch. Und die Luftmassen kommen wirklich arktischen Ursprungs von Norden direkt bis zu uns. Und das heißt, es bleibt erst einmal noch kalt und wird in der kommenden Nacht sogar bitterkalt sein. Dazu kommt morgen auch noch ein kräftiger Wind. Sie sehen es hier auf dem Strömungsfilm. Die Luftmassen kommen eben aus Norden über Skandinavien, dann bis nach Deutschland, kommen zuerst im Nordosten an. Dort dann auch die wirklich intensivste Kälte, dann arbeitet sich das Ganze weiter nach Westen vor. Morgen Nachmittag und tagsüber begleitet auch noch von starkem bis zum Teil stürmischem Wind direkt an Nord- und Ostsee. Das heißt, es wird verbreitet sehr kalt, zum Teil sogar eisig, vor allen Dingen so Richtung Uckermark, also nördliches Brandenburg. Hier sind unter minus 15, zum Teil sogar an die minus 20 Grad morgen früh möglich. Ähnliches gilt dann auch für die höheren Lagen von Erzgebirge und Zittauergebirge sowie in den höher gelegenen Tälern. Insgesamt im Nordosten Tiefstwerte von minus 10 bis minus 15 Grad. Etwas weniger eisig ist es in Teilen Baden-Württembergs und Bayerns. Jetzt in der Nacht gibt es dazu noch an der Ostsee so ein paar Schneeschauer. Auch im Südwesten, also so von der Eifel rüber bis zum Bayerischen Wald, kann es leicht schneien. Das Ganze lässt dann aber mehr und mehr nach. Im Norden aufgelockert bewölkt bis sternenklar, deswegen auch dort besonders kalt. Morgen Vormittag dann hier aber eben auch viel Sonnenschein. Ein paar Schneeschauer gibt es an der Ostsee, sonst noch einzelne in der Eifel. Die Wolken sind im Süden insgesamt etwas dichter. Das gilt auch für den Nachmittag. Da ist es dann aber meist trocken, kompaktere Wolken nach Süden und Südwesten. Einzelne Schauer rund um die Ostsee und die fallen als Schnee. Temperaturen steigen auch am Nachmittag nur auf Werte um 0 Grad im Nordosten. Nach Südwesten hin sind es immerhin 4 bis 11 Grad und der Wind dazu überall spürbar. Und im Norden sogar richtig stark unterwegs, frisch bis stark, in Mittelwindstärke 5 bis 6. In den nächsten Tagen im Norden immer noch ein paar Schneeschauer. Im Süden schneit es häufiger und länger, dort ist es auch meist trüb. Temperaturen am Dienstag 2 bis 5 Grad. Das hat alles noch nicht allzu viel mit Frühling zu tun. Ihnen trotzdem einen schönen Abend.